hallo meine lieben mädels heute zeige ich euch ein video was zum beispiel alles im booster set drin ist welches man sich in den ersten tagen als neu unikerin kostengünstiger erwerben kann und damit eine sehr gute grundbasis vorliegen hat so da hätten wir es wir haben da den super tollen make up pinsel der ist nämlich oben gerade geschnitten abgeschnitten und damit kann man ganz toll das make up auftragen er ist auch ganz weich liquid foundation steht auch extra drauf das ist ja auch richtig gut sehe ich jetzt gerade auch das erste mal aber gut ich hab's ja heute erst bekommen so dann haben wir den primer da drin das ist die grundbasis bevor wir überhaupt anfangen und zu schminken und zwar ist das eine feuchtigkeit spenden creme so als untergrund die lässt man gut fünf minuten einziehen bevor man dann anfängt sich concealer aufzutragen für die roten oder vielmehr gegen die roten stellen oder auch augenringe dann kommt die foundation drauf die ist super aufzutragen also wirklich ganz ganz toll die muss man vorher schütteln also vorher einmal aus dem hütchen die flüssigkeit die foundation raus lassen dann schütteln dann erneut drauf drücken um sich wieder was rein zu pumpen und dann dann holt man das raus und macht sich einige tropfen auf den dafür vorgesehenen pinsel das ganze ist dann mit einer schicken tasche die man noch aufhängen kann und da kann man dann einiges drin verstauen zum beispiel pinsel rein stecken oder auch dann foundation rein stellen kann man machen wie man möchte und es ist noch ein kleiner kultur beutel dabei kultur genau ich finde das total super dass man zum anfang für einen geringeren preis diese sachen bekommt und habe es mir deswegen auch gleich mit bestellt weil günstiger kommt man nachher nicht mehr an ja das war es dann auch erstmal von mir und demnächst seht ihr dann ein video was alles im starter kit drin ist falls ihr euch genauso gerne schminkt wie ich und gerne die unique produkte haben möchtet dann findet ihr den link dazu hier unten in meiner beschreibung ich wünsche euch viel spaß beim shoppen wenn euch das video gefallen hat dann abonniert mich doch und lasst ein däumchen da